Du, 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 du Da durch ein Ton verging, der hat in sieben Jahren Laub getragen, Jesus und Maria. Was trug Maria unter ihrem Herzen für ihre Lesung? Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, das trug Maria unter ihrem Herzen, Jesus und Maria. Da haben die Dornen Rosen getragen, für ihre Lesung. Als das Kindlein durch den Wald getragen, da haben die Dornen Rosen getragen. Jesus und Maria. Amen.